So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und wir haben heute wieder was ganz besonderes für euch vorbereitet. Das, was ihr hier seht, das dicke Blaue, was da sitzt, das ist eine Mega-Entwicklung, ne? Noch aus der Raid Mania, weil der Benni gewonnen, Raid Mania, Raid Mania-Punkte. Das weiß eh wieder keiner, was es ist, deswegen verfolgt uns diese Summ-Packs in der Mega-Entwicklung die ganze Zeit, schon den ganzen Monat. Der Monat ist aber bald um, dann wird der neue Sieger gekürt von den nächsten Raid Mania, die den ganzen Monat lief. Und dann darf der mir sein Lieblings-Pokémon nennen, schicken, wie auch immer, dann wird das die Sendungen begleiten und die anderen Raid Manias. Und heute dreht sich auch alles um Mega-Entwicklungen, vor allem wenn man das hier wegdrückt, seht ihr hier hinter im Prinzip den Chat vom Livestream, der gleich anfängt in einer halben Stunde und ich vorher jetzt hier fix dieses Video noch aufnehme. Also nicht wundern, wenn hier hinten sich dann was bewegt oder da irgendwelche Leute was reinschreiben noch zwischendurch. Lasst euch nicht irritieren. Die Kollegen von GoGames haben eine Liste angefertigt, beziehungsweise einen Artikel rausgehauen am 24. Mai. Okay, jetzt ist gerade der 25. Mai, ich habe keine Ahnung, wann ich das veröffentliche. Ich kenne A, verfolge dich jetzt. Kenn ich A, ne. Ich hoffe, das läuft jetzt nicht die ganze Zeit wieder durch mit irgendwelchen alten Sachen, sondern der ist neu und hat abonniert, dann passt das. Die Kollegen von GoGames auf jeden Fall haben so eine schöne Liste, so einen schönen Artikel angefertigt. Und das fand ich richtig cool, weil ich nicht weiß, ob ihr die verfolgt, möchte ich noch mal darüber reden. Die Top-Mega-Entwicklungen in Pokémon Go, ja. Nach und nach werden immer mehr Mega-Entwicklungen in Pokémon Go freigeschalten. Wir sagen euch, auf welche Pokémon ihr euch konzentrieren solltet, um in Raids den höchsten Schaden zu machen. Es ist ja jedes Mal wieder das Neue. Der letzte Mega-Raid-Boss, der jetzt reinkam, war eben Mega-Altaria. Irgendwie sieht man schon, dass das Interesse der Leute an Mega-Altaria nicht da ist. Egal, was gemacht wird, irgendwie, die Leute wollen alles andere raiden, außer Mega-Altaria. So ist mein Eindruck irgendwie. Man hat am Wabluside so viel Mega-Energie hinterhergeworfen bekommen, dass man gar keinen Raid machen muss, kann das entwickeln. Und wer es einmal entwickelt, sagt sich, ich habe jetzt den Eintrag, reicht. Ich will das nicht zum Kämpfen nehmen, ich will gar nichts damit machen, geh bloß weg damit. Anders zum Beispiel bei Mega-Gengar. Die Leute freuen sich immer wieder, Mega-Gengar-Rades sind immer beliebt, Mega-Glura-Rades sind immer beliebt. Die sind nützlich, die sind stark, die sehen gut aus, die bestehen nicht aus einer Wolke. Also, was will man mehr? Das sind auf jeden Fall Unterschiede. Dann kann man hier nämlich nochmal gucken, was hier, wer das nicht kennt, das ist alles ziemlich allgemein gehalten. Insgesamt, also zum Aufklären, insgesamt gibt es 48 verschiedene Mega-Entwicklungen, seht ihr auch auf eurer Medaille. Wenn ihr Platin habt, ist die bei 48. Ihr könnt ja nachgucken, wie viel ihr habt und wie viel nicht. Von denen jedoch aktuell noch nicht alle in Pokémon Go verfügbar sind. Wir zeigen euch die stärksten, sodass ihr euch frühzeitig vorbereiten könnt. Mega-Entwicklung mit Mega-Energie. Hängt von der Spezies ab, wie viel man braucht. Nach der ersten Entwicklung ist jede weitere Entwicklung deutlich günstiger. Werdet ihr sicherlich auch schon bemerkt haben. Also, wenn man doch mal einen Mega-Altarier entwickelt hat, dann könnte man ruhig nochmal eins entwickeln. Bei mir ist das Problem, ich versuche immer ein männliches und ein weibliches zu entwickeln, weil das dann zwei unterschiedliche sind, kosten die beides jedes Mal komplett. Ich weiß nicht, ob jemand so gut drauf ist, dass sie sich sagen, wir wollen auch männlich, weiblich immer im Pokédex eingetragen haben. Oder wer darauf achtet. Jede Mega-Entwicklung hält insgesamt 8 Stunden. Wir sagen das nochmal dazu. Normalerweise waren das 4 Stunden am Anfang. Das ist 4 Stunden abgelaufen, dann war das wieder normal. Mittlerweile sind es 8 Stunden. Es verstärkt alle Pokémon in einem Raid-Kampf um 10%. Alle Attacken des gleichen Typs, wie euer Pokémon ist, um 20%. Für gefangene Raid-Bosse erhaltet ihr zusätzlich ein Bonbon, wenn ihr eine Mega-Entwicklung aktiv habt. Und bei wilden Pokémon, deren Typ mit eurer Mega-Entwicklung überlappen, erhaltet ihr ebenfalls hier ein Bonbon. So, das erstmal. Definition, Stärke. Es gibt hier nämlich zwei Werte. Es gibt den DPS-Wert und den TDO-Wert. Und danach richtet sich diese Liste. Denn ihr seht, in jeder Kategorie kann es Unterschiede geben. Ich meine hier bei Flug, aha, Raikwasa. Bei Drache, aha, Raikwasa. Aber bei Unlicht zum Beispiel, seht ihr hier, ist Absold das Beste. Hier aber Despo da. Aber, wie kommt das jetzt? Das ist der Unterschied eben zwischen DPS und TDO. DPS dürfte jeder schon mal gemerkt haben. DPS ist die englische Abkürzung und steht für Damage Per Second. Also der Schaden pro Sekunde. Entscheidend für diesen Wert ist also, wie viel Schaden kann ein Pokémon in einem vordefinierten Zeitraum anrichten. Man spricht ja immer so von Glaskanonen. Glaskanonen, die ihr in den Raid packt und die dann direkt gleich wieder umfallen. Aber in der Zeit, wo sie im Raid sind, machen sie vielleicht mehr Schaden als ein anderes Pokémon, was länger überlebt, aber dafür bei jedem Schlag weniger Schaden macht als die Glaskanone. Ihr wisst, was ich meine. Also die meisten sollten es zumindest wissen. Um die Kalkulationsgrundlage für alle Pokémon gleich zu halten, wird für alle Pokémon ein neutraler Gegner vorausgesetzt. Sehr effektive Attacken werden hierfür also nicht berücksichtigt. Die tatsächlichen DPS in einem Raid-Kampf ändern sich also je nach Level und Gegner, zeigen aber trotzdem klar, welches Pokémon eines bestimmten Typs der beste Angreifer dieses Typs ist. Also, da geht es wirklich nur um den Angriff. Um die Zeit. Wer in der kürzesten Zeit, also wer in der gewissen Zeit den meisten Schaden verursacht. Ja, bam. Darum geht es. DPS, das ist wichtig. Manche achten mehr auf DPS, manche mehr auf TDO. TDO steht für Total Damage Output. Wer das noch nicht gehört hat, habe ich auch noch nie gehört. Dann habe ich es mal gehört und jetzt höre ich es wieder. So, Total Damage Output. Sinngemäß, absoluter Schaden, ja. Wenn ihr irgendjemanden seht, den ihr nicht liken könnt, sagt einfach, du hast einen absoluten Schaden, ey. Was ist los mit dir? Wir trinken Dosenbier. Und das im großen Stil. Ja, so sind wir. Oder sag einfach, du bist doch TDO, Junge. Hä? Und er so, was ist... Egal. Total Damage Output auf jeden Fall. Absoluter Schaden. Richtig bekloppt. Also, so richtig so. Im Gegensatz zum DBS-Wert steht der TDO-Wert für den gesamten Schaden, den ein Pokémon anrichten kann, bevor es besiegt wird. Also, solange wie das im Kampf ist und vor sich hin vegetiert, während es einiges einsteckt und frisst, teilt es ja auch ein bisschen aus. Dicke, große Pokémon stecken meistens viel ein, aber teilen manchmal nicht so viel aus. Früher bei den Raids habe ich das immer gesehen, wenn die Leute ankamen, wir machen einen Raid und was machen die Leute? Sie nehmen Relaxo rein. Und dann, ja, alles andere stirbt immer so schnell. Ja, Relaxo überlebt vielleicht bei euch lange auf der Hand, aber es macht halt keinen Schaden im Raid bei dem Raid-Boss unbedingt. Auch Schanera oder Hytera, dasselbe Prinzip, egal. TDO, genau, für die Berechnung ebenfalls neutraler Gegner. Gezielt Ladeattacken des Gegners ausweichen, massiv beeinflussen, vergleichbar, vorausgesetzt, dass keiner ausweicht. Alle gleichstarke Attacken getroffen werden, sonst was. Es geht auch nicht um Kryptos, es geht auch nicht um Normales. Der ganze Artikel bezieht sich wirklich nur auf die kompletten Mega-Entwicklungen von allen Sachen, die da sind. Und so haben sie jetzt diese Kategorien aufgezählt, also die Typen, den Pokémon-Typ, was es sein kann, und mal verglichen, was nach DPS das Beste ist und was nach TDO das Beste ist, wenn euch das wirklich interessiert. Oh mein Gott. Aus unserer Übersicht geht klar hervor, dass die Frage nach der Stärke nicht immer eindeutig zu beantworten ist. Im Beispiel vom Pflanze hat Mega-Gewaldro den deutlich höheren DPS-Wert, aber Bisaflor den höheren TDO-Wert. So, das ist hier als zweites. Was ihr hier seht, ich habe erst gedacht, was, das heftigste Pokémon von allen ist Mega-Schlappohr? Kann doch gar nicht sein, aber dann habe ich gesehen, hier vorne steht, vom Typ Normal. Von allen Mega-Pokémon, die den Typ Normal haben, ist Mega-Schlappohr also der Beste bei DPS und bei TDO. Gibt es überhaupt noch andere, die einen Typ Normal haben, oder ist Schlappohr das einzigste Mega-Pokémon vom Typ Normal? Wenn ihr das wisst, schreibt es mal in die Kommentare. Ihr seht ja hier bei Pflanze natürlich, was auffällt, sind die Starter. Die Starter, die gibt es ja in verschiedenen Generationen mit Mega-Entwicklungen. Ihr seht ja also, Gewaldro hat DPS die Nase vorne als Pflanze, während Bisaflor bei TDO die Nase vorne hat. Da spaltet sich das schon mal. Ich finde Bisaflor Gen 1 Beste, deswegen, ich glaube, die TDO-Liste ist für mich die krasseste und ich richte mich immer nach Gesamtschaden. Also Pflanze, seht ihr hier, Gewaldro, ihr seht Bisaflor. Wasser, Wasser ist eindeutig. Also obwohl Turturk natürlich eine Mega-Entwicklung hat, ist das halt, ja, nicht so gut, sagen wir mal. Denn Sumpex, Mega-Sumpex, ihr seht es ja auch hier auf dem Bild, der ist einfach fett und brutal und hat dicke Arme. Und der hat die Nase vorne einfach bei DPS und TDO. Das ist sehr schön, wenn das in beiden Kategorien herrscht, dann müsst ihr euch nicht entscheiden, auf was ihr Wert legt, sondern ihr könnt einfach den nehmen und seid auf jeden Fall auf einer guten Seite. Also, gönnt euch auf jeden Fall Sumpex, Mega-Sumpex, Mega-Turturk braucht man jetzt nicht unbedingt zu hochpushen oder so viel zu machen. Bisaflor, Gewaldro, könnt ihr beides, wie ihr möchtet. Und Feuer geht es auch weiter, hier seht ihr ein Logok, hier seht ihr ein Glurak. Die einen würden natürlich sagen, ja, Logok sowieso heftiges Pokémon, auch mit Kampf und so dabei. Glurak trotzdem aber Liebling der Massen, denke ich mal. Auch hier würde ich wieder zu TDO tendieren. Das heißt, die Gen 1 Starter, die sind halt einfach insgesamt, die stecken halt auch gut ein, ja. Die teilen nicht nur aus und hauen dann ab, ne. Die bleiben bestehen, auch wenn sie müde und träge werden, sind das halt dicke Prügel, sieht man ja. Guckt euch Bisaflor an, was ein Kasten und dann hier Gewaldro, hui. Guckt euch Glurak an, ooooh, Janses Fass. Und dann plötzlich Logok. Bei Käfer sind sie sich einig, vor allem muss ich hier lustiges Bilderraten spielen. Äh, bei Käfer ist man sich einig, das geht eindeutig an Skaraborn, Mega-Skaraborn. Wie sie das mit Skaraborn sowieso überhaupt machen. Ihr wisst ja, wenn eine neue Mega-Entwicklung kommt, könnt ihr danach raiden. Aber Skaraborn ist ja ein regionales Pokémon. Gibt es dann die Raids nur in seiner Region? Oder wird es damit weltweit veröffentlicht in Mega-Raids, sodass man sich dann Skaraborn aus dem Raid ziehen kann? Ansonsten wäre das interessant für Raids für Zuschauer. Ich glaube, die Leute würden ausrasten, weil wenn keiner Skaraborn raiden kann, sind die darauf, äh, angewiesen, dass jemand sie zu einem Mega-Skaraborn einlädt. Skaraborn auf jeden Fall, ja, Käfer dabei. Gift habt ihr hier. B-Bor, Mega-B-Bor auf beiden Seiten. Elektro ist auch so eine Sache. Die einen entwickeln natürlich immer, äh, Voltenzo. Die anderen entwickeln Ampharos. Ich habe letztens, als es um Elektro ging, Ampharos entwickelt. Wie ich sehe, ist das der, der länger überlebt. Wobei, Voltenzo doch den höheren Schaden macht. Wenn ihr mal seht, er kommt ja, glaube ich, nur auf 3, 6, Voltenzo. Und Ampharos auf 4, 7. Grob geschätzt. Das sieht man natürlich, wenn der so hoch kommt, dass der auch länger durchhält. Obwohl der kleine, süße Hund natürlich, äh, mehr Schaden macht. Aber halt nicht so lange durchhält. Mit Eis habt ihr hier Mega-Rex-Blissar. Der unschlagbare King. Und der ist auch schon da. Auch so, was da ist und was nicht, können wir natürlich auch. Also Schlappor ist schon drin. Hier Bisaflor ist drin. Äh, Glurak ist drin. Ähm, B-Bor ist drin. Die beiden Elektros sind auch drin. Eis, Rex-Blissar ist drin. Kampf wird auf jeden Fall auch interessant. Denn ihr seht, Skaraborn hat bei Käfer die Nase vorne. Und wenn es um den Gesamtschaden geht, sogar auch bei Kampf, noch vor Lucario. Aber bei Lucario ist eigentlich klar, Lucario ist ein starkes Pokémon. Wenn es um den Angriff geht an sich. Aber hält halt nicht viel aus. Und so zeigt sich das hier auch deutlich. Ja, so wer, wer durch DPS geht, Mega-Lucario. Beste. Wäre trotzdem Gesamtschaden. Wieder Skaraborn. Skaraborn, also in mehreren Kategorien. Jetzt kommt, sind beide natürlich noch nicht da. Boden. Der nächste C-Day ist Kaumalad. Und hier seht ihr auch, Knackrack wird sowieso schon ein extrem heftiger Bodenangreifer. Durch seine Erdkräfte-Attacke. Aber Mega-Knackrack wird einfach nochmal eine Schippe krasser. Ist definitiv der beste Bodenangreifer. Dann die beste Mega-Entwicklung vom Typ Boden auch. Und sieht natürlich auch cool aus. Da ist auch wieder egal, ob ihr da auf DPS oder TDO geht. Flug und Drache. Beides mal Rayquaza. Da gibt's nichts. Hier gibt's nichts zu rütteln. Es bleibt alles so, wie es ist. Da ist der Flug. Drache eben. Drache und Rayquaza. Und er ist als Drache auch Rayquaza. Also wirst du, oh mein Gott. Ist das erste. Hab ich das jetzt richtig gesehen? Das ist auch die erste legendäre Mega-Entwicklung, die hier in der Liste auftaucht. Ist unglaublich, oder? Wie viele legendäre Pokémon haben denn eigentlich eine Mega-Entwicklung und wie viele nicht? Schreibt's mal rein, wenn ihr das wisst. Ich sehe auf jeden Fall, Rayquaza ist so schon heftiges Biest. Und dann mit der Mega-Entwicklung gleich Flug und Drache. Beides abgehakt in den Kategorien Geist. Seht ihr nochmal? Mega-Gänger gibt's ja schon. Ist wie gesagt sehr beliebt. Also da macht ihm auch keiner was vor. Unlicht hat man eben schon gesagt. Abzoll, wenn's um DPS geht. Mega-Despo da, wenn's um TDO geht. Ähm. Ich glaub die Leute. Abzoll wird wahrscheinlich komplett untergehen. Jeder würde, wenn er einen Unlicht-Pokémon braucht, wahrscheinlich Mega-Despo da machen. Wer würde freiwillig mit Abzoll kämpfen, wenn man Mega-Despo da einsetzen kann? Stahl. Auch hier. Nichts Legendäres. Aber was krass Heftiges. Und ein Metagross. Auch in beiden Kategorien Metagross. Auf jeden Fall auch so ein heftig geiles Pokémon. Äh. Gönnt euch da unbedingt ein richtig gutes Exemplar. Hier Fee. Habt ihr nochmal Mega-God of War. Mega-God of War. Habt ihr da auch drin in beiden Kategorien Psycho. Habt ihr hier noch Mega-Mewtwo mit dabei. Das heißt. Mewtwo. Und Rayquaza sind die einzigen legendären Mega-Entwicklungen, die hier in der Liste auftauchen, die vom Typ die stärksten sind. Psycho, Mewtwo, Drache-Fluh, Rayquaza. Denn als letztes habt ihr noch Gestein. Und hier seht ihr wieder ein Aerokack-Sprühl, was in der Luft rumfliegt und allen auf den Kopf macht. Und nochmal das Despoda. Despoda, trotzdem hier Unlicht und Gestein. Beste. Kann aber trotzdem durch Absol und Aerokack-Sprühl abgelöst werden. Finde ich auf jeden Fall sehr interessant, das so mal zu sehen. Und mir, ich habe gerade keine Übersicht. Es gibt 48 verschiedene. Hier tauchen wirklich nur die legendären auf. Rayquaza und Mewtwo. Welche legendären Mega-Entwicklungen gibt es noch? Schreibt es mal rein. Ich könnte googeln. Ich möchte aber, dass ihr mir das sagt. Weil das schöner ist. Ansonsten, ja. Ich stehe nochmal dabei. Fazit, ja. Genau. Es kann natürlich sein, dass immer nochmal andere Attacken ins Spiel reinkommen. Und dass sich dadurch noch was ändert. Aber finde ich auf jeden Fall sehr okay. Dieses Ganze. Wenn man viele Spieler in der Lobby hat. Ist ein hoher DPS-Wert wünschenswert. Weil, wenn du 20 Leute drin hast. Dann kommt es nicht darauf an, dass dein Pokémon lange überlebt. Wenn der Kampf eh nach 10 Sekunden vorbei ist. Willst du in diesen 10 Sekunden einfach nur ganz, ganz viel Schaden machen. Dass du halt besser dastehst. Finde ich sehr cool. Diese Liste, wenn ich daran denke. Kann ich den Artikel vielleicht sogar in der Beschreibung unten mal anpinnen. Ansonsten, was ist euer Liebling? Geht ihr bei der Liste mit? Oder habt ihr eine ganz andere Top-List für euch selber erstellt? Schreibt es mal rein. Das war es von meiner Liste. Äh, von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut euer Ramses.